Wir machen heute eine Bergwanderung auf die Felsen und wir müssen sehr lange wandern in die Berge. Wir gehen in den unteren Weg rein, was da drüben ist, und wir werden gegen den Dorfenwald wieder überqueren. Dann stehe ich mich wieder auf den Bau, was umgekippt ist, und dann werde ich wieder sehr schnell, und dann werden wir wieder durch den Dorfenwald, so alte Erner. Ja, stopp. So, Rino. Wir wollen das große Felsen sehen, aber ich schau mal rum, denn ich so alte Erner bin, aber ich darf nicht so alte Erner. Na, das sollst du aber nicht erzählen, Rino. Ja, sag mal, du bist ja diesen gefährlichen Felsen hochgeklettert. Ich bin diesen gefährlichen Felsen hochgeklettert, und hat es geschafft. Ja, das hast du gut gemacht, Rino. Ich, ich verdruste hier, und ich will so alte Erner, und ich verdruste, und, 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 und die Mama geht nur weiter nach oben, und nicht nach unten. Wir gehen gleich. Ja, Mama. Ja, Mama. Ja, Mama. Ich weiß, Mama.